Im folgenden Tutorial möchte ich zeigen, wie Book Creator auch im Google Chrome Browser verwendet werden kann. Bis jetzt kennt man ja die iOS App und es gab früher auch die App für Android, die leider eingestellt wurde. Es gibt jetzt hier aber die kostenlose Möglichkeit, E-Books auch online zu erstellen und diese dann auch entsprechend zu exportieren, um sie in der App zu nutzen und weiter zu bearbeiten und eben auch umgekehrt. Einer der größten Vorteile des Book Creators vor allem für den Einsatz in der Schule ist, dass er sehr einfach aufgebaut ist und ich möchte jetzt exemplarisch einfach mal zeigen, wie man hier so ein Buch erstellen und auch exportieren kann. Ich klicke auf New Book und habe die Möglichkeit, entweder ein ganz normales E-Book zu erstellen mit normalem weißem Hintergrund oder es gibt hier auch die Möglichkeit, einen Comic zu erstellen, wo ich dann entsprechend diese Felder hier anpassen kann und das E-Book mit entsprechenden Effekten versehen kann. Ich zeige jetzt hier mal im Querformat, wie man ein E-Book erstellt. Das Ganze ist analog zur App, das heißt, ich habe oben rechts ein Plus, über das ich verschiedene Elemente jetzt hier auf meine Arbeitsfläche einfügen kann. Ich habe die Möglichkeit, Bilder oder auch andere Files, auch Landkarten und eingebettete Dinge hier einzufügen. Ich könnte mir direkt über die Kamera ein Bild oder ein Video holen. Ich könnte mit dem Stift entweder etwas zeichnen oder vielleicht auch handschriftliche Dinge einfügen. Ich kann ein Textfeld erstellen oder ich könnte eben auch direkt über das integrierte Mikrofon meines Geräts dann hier Sprachaufnahmen reinsetzen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt hier ein Bild einfügen, klicke also auf Files, habe hier schon eins vorbereitet. Dann braucht es einen kleinen Moment, bis es hochgeladen ist und ich habe anschließend die Möglichkeit, das Bild über die Ecken in der Größe zu verändern, es zu verschieben und so weiter. Ein Grundprinzip von Book Creator ist, dass, wenn ich irgendein Element auf meiner Arbeitsfläche habe, dass ich über den Klick auf das I hier oben dieses Element entsprechend bearbeiten kann. Beim Bild hier habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, einen Hyperlink zu setzen oder auch andere Dinge. Wenn ich jetzt hier ein Textfeld hätte, könnte ich hier zum Beispiel die Schriftart verändern. Genau, ich füge jetzt mal hier noch ein Textfeld ein, wo ich hier schon die Möglichkeit habe, auch erste Dinge zu bearbeiten, zum Beispiel Fettschrift. Und auch hier kann ich das Ganze wieder entsprechend verschieben und wie schon erwähnt, über das I könnte ich jetzt hier oben die Größe, die Ausrichtung, die Schriftart etc. verändern, so dass das E-Book eben nach meinen eigenen Wünschen gestaltet werden kann. Wenn ich jetzt das Ganze noch mit einer Audioaufnahme versehen möchte, funktioniert das so. Ich klicke es einfach an, gehe auf Start Recording. Es zählt das Ganze runter. Roter Panda. Ich klicke auf Stopp, hätte hier die Möglichkeit, es mir nochmal anzuhören. Ich benutze es jetzt in dem Fall einfach mal und kann das Ganze hier entsprechend in mein E-Book einfügen, in der Größe verändern und so weiter. Wie man das Ganze gestaltet, ist einem völlig selber überlassen. Wer sagt, ich möchte nicht nur einen weißen Hintergrund, der könnte über das I hier oben auch entsprechend nochmal den Hintergrund anpassen. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier so einen Tafellook wählen oder irgendwas anderes und habe dann eigentlich schon meine erste Seite erstellt. Weitere Seiten füge ich hinzu, indem ich hier rechts auf diesen Pfeil klicke und könnte jetzt hier einfach noch weitere Dinge einfügen und so eben Stück für Stück mein E-Book erstellen. Genau. Wenn ich jetzt eine Übersicht haben möchte über meine bisher erstellten Seiten oder unter Umständen auch eine ganze Seite löschen möchte, kann ich hier oben über Pages eben genau diese aufrufen. Ich könnte zum Beispiel sagen, die dritte Seite möchte ich nicht mehr haben, deswegen lösche ich sie einfach raus. Genau. Was auch noch ganz nett ist, ich habe die Möglichkeit, mir mein E-Book so wie ich es jetzt erstellt habe vorlesen zu lassen, indem ich hier oben auf diesen Play-Pfeil klicke. Sobald ich jetzt hier draufklicke, öffnet es dann das E-Book und spielt mir jedes Element nacheinander ab. Sprich, es wird mir hier den Text vorlesen, das Bild sieht man einfach. Im Anschluss wird es mir die Audioaufnahme vorspielen, dann die Seite wechseln und so eben Stück für Stück das E-Book einfach vorführen. Genau. Jetzt kann ich hier auf Read to Me klicken. Ich habe auch die Möglichkeit, hier oben noch ein paar Sachen einzustellen, welche Sprachausgabe und ob die Seiten nebeneinander sollen und sowas. Ich zeige es einfach mal, indem ich hier drauf... Roter Panda. Genau. Wie man ja eindrücklich sehen konnte, ist es eine Deutschsprachausgabe. Ich kann das Ganze natürlich auch noch verändern und so könnte ich mir mein E-Book eben entsprechend vorlesen lassen. Wenn ich jetzt fertig mit der Erstellung meines E-Books bin, gehe ich oben zurück auf My Books. Ich habe hier eine Übersicht. Vielleicht kleiner Tipp für Leute, die sich noch ein bisschen vertiefter mit dem Book Creator auseinandersetzen wollen. Sowohl in der App als auch hier im Online-Angebot gibt es immer das E-Book, wo nochmal einfach gewisse Sachen gezeigt werden, also eine Art Tutorial. Genau. Ich habe hier die Möglichkeit, jetzt mein E-Book zu benennen. Ich könnte den Autor entsprechend verändern und habe verschiedene Möglichkeiten, dieses E-Book jetzt zu teilen. Entweder mache ich das online. Hier nochmal der Hinweis auf den Datenschutz wird natürlich auf dem Server von denen veröffentlicht. Sprich, man muss hier nach personenbezogenen, vor allem auch schülerbezogenen Daten eben gucken. Ich hätte aber auch die Möglichkeit, das Ganze als E-Book mir runterzuladen. Das heißt, ich bin mit Smart, downgeloadet und dieses wiederum könnte ich jetzt zum Beispiel über einen Cloud-Service oder über Airplay zum Beispiel an mein iPad schicken, wo ich dieses Projekt hier weiter bearbeiten könnte und zum Beispiel dann veröffentliche oder es wieder zurückschicke, damit ich hier im Chrome-Browser dran weiterarbeiten kann. Darüber hinaus habe ich hier die Möglichkeit, Bücher zu importieren, wie schon erwähnt. Ich kann Libraries, also so Bibliotheken erstellen und könnte hier zum Beispiel das Buch auch löschen.